Herzlich willkommen in unserem Blumencenter in Mönchengladbach. Bei uns finden Sie eine herrliche Vielfalt an Blumen und Pflanzen von namhaften Gärtnern sowie schöne Keramik- und Dekoartikel für den Innen- und Außenbereich. Gerne gestalten wir spezielle Blumensträuße und Pflanzenarrangements für besondere Anlässe. Vom Geburtstag über den Hochzeitstag bis hin zur Beerdigung. Schauen Sie bei uns vorbei und lassen Sie sich von unserem freundlichen Team beraten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017